Wir sind Annehmer der Impffreiheit. Es geht um Freiheit. Jeder muss seine Entscheidung selber treffen. Die Grünen müssten sichtbarer werden. Gott behüte. Wir brauchen eine kompetente parteiübergreifende Übergangsregierung. Letzte Minute noch abzuwenden. Entachten Sie diese Regierung. Nein! Ein ganz besonderer Gast aus Schwedt. Der Jörg. Einhard Schulz. Es waren alle, die noch bekannt sind, und die Flügel기가 ausdr问题 sind. Halleluja! 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 Donald Trump! Halleluja! 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 Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020